Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Spezialfolge Let's Play Chivalry Medieval Warfare Together und diesmal mit dem Tuss Koller. Hallo. Moin moin, da ist er, genau. Und er ist auch mit der Hippe unterwegs, genau wie ich. Mal sehen, ob er aus soll, mal sehen, ob wir gleich schlecht sind. So jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, welche Map wir spielen und was spielen wir jetzt? So, wir spielen Team Deathmatch, spielen wir. Und... Oh, da habe ich schon einmal. Und welche Map kann ich dir gerade nicht sagen. Jawohl, ich habe meinen ersten. Nice. Ja, Map weiß ich auch nicht. Soll ich sagen, ich habe mich gerade nicht getraut, da lang zu rennen. Wow, da bin ich auch schon down. Ja, deswegen bin ich auch außen lang gerannt. Ah, da vorne bist du. Oh! Ja, jetzt bin ich tot. Das stimmt. Ich nehme meinen Knecht, ne? Ha! Und das geile Ölgefäß. Kann man ein paar Kids mit abschrauben. So, du bist nur. So, ich gehe hier gerade in der Mitte. Ja, warte. Ich bin der Knecht. Alter, da kommen richtig viele. Und ein Armbruchsschütze ist auch da. Ach, du hast so eine geile Bombe. Ja, ja, ein Ölgefäß. Hat der Knecht da mit dabei. Das ist cool. Jawohl, ich habe noch einen. Ey, du glaubst du mir wichst ja den ab, oder was? Haha, ja, ein bisschen war es abgestaube. Oh, fuu, ey. Ich hätte den Kill gekriegt. Wo bist du? Da unten. Ja, ja, ich bin... Mich hat voll einer weggeaimt, ey. Mit... mit einem Bogen, ey. Pff, war ich weg. Ja, warte, den holen wir zusammen. Ja, ich bin tot. Wow, Alter. Ich bin... Jawohl. Sehr schön. Alter, was ist denn du, bitte? Ah! Wicked, wicked. Nice, du hast 3-3. Ja, auf jeden Fall ausgeglichen. Ich habe Müll-3. Ja, musst du noch ein bisschen was machen. Komm mal her zu mir. Put, put, put. Kleiner Wicked. Put, put, put. Ja, okay, ich komm. Ich bin dicht hinter dir. Geh mal voraus. Ein bisschen kann ich mich in den Game of Worship aus. So. Ja, ich habe lange nicht mehr... gespielt. Und Stich. So, direkt mal zwei Kills geholt, sagst du? Hammer, nice. Jawohl, ich habe hier voll die Arme abgressiert. Aber krass, gegen sechs Leute kannst du dann auch nichts machen jetzt. Ich bin nicht dauernd. Ich auch. Ich habe 2 zu 4. Aber das Spiel ist natürlich der Hammer. Also könnten wir nur empfehlen. Definitiv. Wer gerne mutuelle Spiele mag, der nimmt Chevalier-Medal-U-Worfer. So ist es. Alter. Also die Streitkolben, Leute, sind echt fix unterwegs. Ah, na, jetzt kriege ich auch für Mütze. Nächster Kill. Ha. 4 zu 4. Oh, was ist der nächste? Oh nein, nicht, dass ich hier einen von... Alter. Mein Lebensbalken, ne? Ist ganz unten. Nein. Doch, ich habe ihn noch. Mein Lebensbalken ist ganz unten, Alter. Aber das Gute ist, wenn man ein bisschen wartet, füllt sich das ja wieder auf. Die Lebensenergie. Naja, immerhin, ne? Okay, da kommen mir schon direkt zwei entgegen. Ah, Mist, das war... Der hat einen dicken Hammer. Erstens, mich hat ein Faker weggeaimt und zweitens, mich hat ein Faker weggeaimt. Jawohl, das war mein Kill. Junge, ich habe... Scheiße, das... Scheiße, ich bin hinter dir. Hier da in der Mitte ist wieder so ein blöder Bogenschütze. Ja, ja. Warte, ich nehme mal ein geiles... Ich nehme mal ein geiles... Ah, der wartet nur auf mich. Ey, das ist doch... Jawohl. Jawohl. Ich habe Backe. Ey, komm mal zu mir. Oh, ich bin down. Ja, komm mal gleich zu mir. Wo bist du denn? Pass mal auf, ich habe einen Bug gefunden. Oh, fu. Warte. Ja, warum bin ich jetzt bei den Roten? Weil du rübergeswitzt wurdest. Fuck, ey, das ist doch... Jetzt kommen wir den Zocken jetzt wieder. Ja, komm, wo bist du? Ich mache dich fertig. Ich komme durch die Mitte. Ja, der versteckt sich da, ne? Ja. Ja. EGC Scorpio 31. Ja. Ah, nein, das war zu früh. Oh, jetzt kommt... Ah, okay. Ich habe die sterben sehen. Ja, geil. Guck, wenn ich gekiltert hatte, die helle Bade. Ja, okay. Ja, bald habe ich die auch freigeschaltet. Und dann geht es richtig rund hier. Aber es wäre cool, wenn mein Typ irgendwie ein bisschen schneller unterwegs wäre. Aber die sind doch ein bisschen lahmarschig. Oh, fuck. Da kriege ich richtig einen. Na ja, weiter geht's. Boah, kommen gerade richtig viele von euch hoch. Hier in der Mitte. Ja, ja. Ihr seid aber auch gut bei einem Wackel. Ich bin jetzt Bogenschütz hier. Wohohoho. Ich endlich auch fett, Junge. Oh, den will ich noch holen, los. Ja. Zwei gleich. Hammergeil. Double Kill. So, weiter geht's. Ich bin voll schlecht als Bogenschütze. Davon mal abgesehen. Wo bin ich denn hier gespawnt? Und ich gehe in eine völlig falsche Richtung. Da muss ich lang. Oh, wieder so ein dreckiger Bogenschütze. Der in der Mitte. Oh nein, hier gehe ich jetzt nicht rein. Wo? Nein! Nein! Ich hatte dich im Visier. Ich habe mich so gequillt, Alter. Ich hatte mich schon im Fadenkreuz. Alter, was du gemacht? Der leckte mich am Stiefel. Na, komm schon. Alter. Hast du das den Bogen, oder was? Ja, ich war Bogenschütz. Ich war der in der Mitte, der links neben dem Pfeiler stand. Komm mal auf. Ich hatte schon auf Head geaimt. Da hatte ich deine Teamkamera... Switch mal rüber. Switch mal rüber. Ja, warte. Ihr seid einer mehr. Vielleicht klappt das ja. Hier hat sich einer versteckt. Jawohl. Agatha bist du, ne? Äh, genau. Die Roten. Ne, Mason. Rot oder Blau? Ne, ich bin Rot. Okay, Mason. Ja, wo bin ich denn hier? Wo sind denn die Gegner? Löl? Jetzt wurde ich schon wieder rüber geschoben. Ich habe... Ne, geht nicht. Ne, ist doch nervig. Da... Oder du... Ne, du bist... Löl, fail. Obwohl du im Gegner... Fisch nicht dein Name. Ich habe jemanden... Okay. 12, 10. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? 5, 9. Okay. Ach, jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Jetzt bin ich tot und... Ah ja, weil ihr zu 95% erschöpft seid. Oh man, jetzt heißt es warten. Dann suche ich dich mal eben. Wo bist du denn gerade ungefähr? In der Mitte bin ich. Ich stehe in der Mitte und ziele gerade mit meiner Armbrust. Ah, da haben wir ihn. Bam, Junge! To Scroller! So macht man das, Alter! Hallo! Lächel mal! So, ich verfolge dich jetzt mit der Kamera on the fly. Okay, jetzt geht er gerade in die Höhle rein. Bam, Junge! Wo spielt man, Alter? So spielt man! So sieht's aus! Erstmal Fresse aufreißen und nachher entscheiden die Stats. Aber ich habe auf Head geaimt. Das ist doch schon mal super. Lass mal bei der Armbrust Schütze nehmen. Das ist lustig. Oh, habe ich ja noch nie ausprobiert. Ja, ich auch nicht. Das ist das lustige. Ja, aber ich muss eigentlich mit der Hippe weiterspielen. Wo gehst du gleich rein? Blau, Rot? Wo wollen wir rein? Weiß ich nicht. Ich warte erst mal und gucke, wie die Teams sich entscheiden. Okay, dann gehe ich rot. Wo gehst du rot? Ja. So, ich bin auch rot. Ja, aber ich nehme eine Hippe. Ich will unbedingt diese helle Bade freischalten. Ja, die geht voll ab, ne? Auf jeden Fall. Ich nehme meine Claymore. So, wir sind im gleichen Team. Ja, das ist... Du stehst unter mir. Ja, wunderbar. Boah, ich muss die Mucke erstmal leiser machen. Noch bist du auf Position 1. Die Mucke ist ja richtig episch, das gebe ich ja zu. Wo bist du denn? Ach, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Ich bin gerade hier auf den Dächern unterwegs. Ich sehe dich auch. Ich sehe deine Namen. Wir sehen unsere Namen in grün, von daher. Auch wenn wir im Gegnerteam sind. Yo, moin moin. Moin. So, wollen wir mal zusammen los, äh, sagst du, oder was? Jo. Leute, ich brenne. Alter, du brennst. Spring ins Wasser. Jetzt habe ich nur noch ein Drittel meines Lebens. Oh, fuck. Ich dachte, das ist so wie bei, äh, CS. Man springt ins Wasser und kriegt keinen Schaden. Hast du falsch gedenkt, ne? Falsch gedenkt habe ich da. Aber wo läufst du denn hin? Wo sind denn überhaupt die Gegner hier? Ich sehe hier gar keinen. Also ich laufe, da sind welche. Das ist auch eine riesen Map irgendwie. Naja, die ist ziemlich klein. Naja, geht. Ich finde die groß. Oh, das ist mein Kill. Ich will ihn. Ah, schade. Nein. Wo bist du denn? Werde ich erstmal geteamt killed. Ich komme an und kriege eine helle Bade ins Gesicht. Das ist schon mal super. Ach, Mist. Ich will einen Kill. Hallo, lasst mir einen übrig, Leute. Da kommt, da kommt mein erster Kill. Ja. Oh nein, das gibt's doch nicht. Hat er mir erstmal voll den Kopf weggehauen. Oh, mir hat er nicht den Kopf weggehauen. Ach, ganz ehrlich, ich bin er am Schützig. Deswegen muss ich erstmal suchen, wo's denn? Nee, jetzt wird mir dein Name nicht angezeigt. Warte, meiner jetzt auch nicht. Und so deinem mir jetzt auch nicht. Geh ich hier mal runter. Wir sind trotzdem noch. Wir sind auch nie mehr im gleichen Team. Oh, wie nervig. Warum werden wir denn immer geswitcht? Ja. Alter, ich brenne jetzt auch. Was ist das denn für... Und jetzt hast du mich... Ich kam von oben runter gejumpt. Ich hab einfach nur geschlagen, ey. Oh mein Gott. Und du hast mich natürlich erwischt. Danke. Ich wurde erstmal fett geteamkilled, sagst du. Mit'n, mit'n Handy, Junge. Ich hab'n Freund geköpft. Auch nicht schlecht. Ja, da siehst du mal, da siehst du mal, was die von dir halten. Ja, alles auf. Alles auf. Los, das ist mein Kill. Oh, wieder nicht, ey. Ey, das ist doch nicht wahr. Eins, zwei. Und da oben hängt wieder so'n dummer Armbruchsschütze. Das bin ich, du Wichser. Achso. Sorry. Alter! Jawohl, endlich. Der nächste Kill, Mann. Braucht man echt Ausdauer bei dem Spiel hier. So, lass ich erstmal die Lebensenergie ein bisschen wieder auffüllen. So, jetzt können wir auch wieder lossprinten. Oh, da ist ein Blauer drin. Wo kommt der denn her? Wichser, fick dich. Bist du das? Natürlich war ich das, Alter. Ich bin Armbruchsschütze. Sehr gut. Soll ich mich denn sonst verkämten, ey? Du bist so'n Lappen, ey. Komm her. Ich mach dich kaputt. Auch mit meinem kleinen Fuchte. Mach dich kaputt, Alter. Ach, Quatsch. Na, wo bist du? Gammelst du immer noch in deinem Haus, da? Nee, ich warte im Fluss auf dich. Im Fluss? Ich bin hier der Typ, der mit der Hippe verwirrt rumläuft. Ach, so wie jeder andere, oder was? Aber da kommt schon einer auf mich zu. Nee, zwei kommen auf mich zu. Ich seh' nicht. Boah, da hat er mir richtig gegeben. Really mad, jo. Auf jeden Fall. Ja, seine Mutter ist auch really mad, ey. Deine Mutter ist so fucking mad. Fucking really mad, wenn schon. Bam, Junge. Headshot. So macht man das. Headshot mit der Armbruchsschlecht. Hast du schon da die zweite Stufe, oder die normale? Nee, ich hab immer noch mit der ersten rum. Das ist beschissend. Okay. Ein Kumpel von... Ja, ich hab noch nie mit der Armbrust... Ja, ein Kumpel von mir hat schon die dritte. Die schwere Armbrust. Die macht, ähm... Die macht 85%igen Schaden. Okay, und die, die du jetzt hast? Bestimmt nur... Bestimmt nur 50 oder so. Ja. Die Armbrust macht ja immer Schaden. Ey! Ich nehm halt mal extra Moom mit. Und wie schnell kannst du nachladen? Geht das fix, oder? Naja, geht so. Der muss halt seinen Fuß darauf stemmen, und dann kann er es nachladen. So ist er denn nicht. Hahaha, da wollte er... Da wollte er... Hier, really mad. Jetzt hab ich ihn gekriegt. Da wollte er von mir wegrennen, da hab ich ihm noch einen Pius verpasst, und dann... Alter, ich war verwirrt, Alter. Lord, Rob's over! Jawoll! Oh, jetzt hab ich noch einen Teamkameran mitgegeben. Das wollte ich natürlich nicht, sorry. Wie sieht's denn bei mir aus? 6-3, das läuft doch. Nach kleinen Startschwierigkeiten... Einfach nicht aufpassen, ey. Nein, jetzt will ich auch down. Ich brauchst den blösten Stern, Alter. Jetzt hab ich siebrennt, Alter. Das sieht die ganze Zeit, weil der Dammenschütze hier rumgammelt, und super, lass mich mit deiner Fackernhütze. Ja, die Hippe ist mega, ey. So. Nächste Runde. So, wo bist du? Wo steckst du wieder? Wo bin ich im Haus wieder drin, oder? Ne, ne, ich battle mich gerade mit einem anderen Bogenschütze. Oh. Na, nein, das gibt's doch nicht, ey. So macht man das. Erstmal voll im Lauf weggeballert, Alter. Dummensch, die Scheiße. Oh, Leute, wir verlieren. Na, egal. Hippen-Power, sagst du? Oh, yeah. Klar, Mann. Bist du auch dabei, oder wie? Bam! Jawoll! Adios, Joel. Äh, 1000. Ich kann das Spiel gar nicht mehr. Komm, ich... Ja, mein Kill, Han Solo. Nice. Ich packe erstens fucking Faker, und zweitens, wo ich das erste Mal gezockt habe, irgendwie 7, 1 oder so, und jetzt hier mal eben mit 5 zu 10, aber ich darf gar nicht mehr teilnehmen. Es liegt von uns nur noch einer. Na, wo ist er denn? Wo verkriecht er sich? Ja, der ist bei, ähm... Der ist ganz links auf der Seite, auf der Map. Auf welcher Seite? Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin im Fluss. Ja, ja, der ist... Ja, okay, der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Der ist auf eurer Seite, ist ja oben. Okay. Ihr lasst jetzt, ähm, warte, wenn du im Flur stehst und zu euch guckst, rechts an dir vorbei. Da unten? Bin ich auf dem richtigen Weg? Da oben, jetzt oben. Wenn du zu euch guckst, zu eurem Spawn, ganz rechts an dir. Okay. Alter, du bist so dumm, ne? Wie der euch fertig macht, wie geil ist das denn? Ja, wo ist er denn? Ich schnapp ihn mir. Nee, kriegst du hier nicht. Der Geier hat jetzt drei Stück, ey. Alter, wie der geht? Fuck, ich weiß immer... Okay, da haben wir gewonnen. Wie ist er? Okay. Ja, das passt auch super gut. Äh, an dieser Stelle... Ja, jetzt haben wir 16 Minuten rum. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Für die erste Folge. Und, äh, ja, Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ähm, dann geht's... Das heißt, Leute werden geköpft und so, ne, wisst ihr Bescheid. Klar, man, Köpfe rollen. Gut, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.